Grüßt euch. Bei mir ist jetzt der Anton. Grüß dich Anton. Servus. Anton, magst du ein bisschen was von dir erzählen? Ja. Wo bist du her und wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt und komme von Rohr. Von Rohr? Ja. Okay, und was machst du beruflich? Beruflich bin ich Industriemechaniker. Das heißt, du bist handwerklich begabt? Okay. Was hast du noch für Hobbys? Ja, Bullock fahren, Fußball spielen, Radl fahren. Ja. Bist du gemütlicher? Ja. Wie würdest du ihn sonst selber beschreiben, außer gemütlich? Wie bist du sonst so drauf? Ja, ich tue halt viele Unternehmen und ein bisschen Aktionen. Okay, du bist gern draußen. Ja. Und wie würdest du deine Traumfrau vorstellen, wie würdest du dich beschreiben? Ja, das sollte halt für mich perfekt sein, schön und ja, keine Vorstellung habe ich nicht. Du lässt es auf dich zukommen? Ja. Okay, und wie würdest du auf keinen Fall sein, vielleicht kannst du mir das sagen? Normal ist mir egal. Zusammenpassen sollte es. Zusammenpassen sollte es. Zusammenpassen sollte es? Ja. Aber du glaubst dir auf die Liebe auf den ersten Blick so ungefähr? Ja. Okay. Gibt es irgendwas, was bei dir aushalten muss? Was bei dir der Wacker muss? Ja, dass ich viel fortgehe. Ja, dass ich viel fortgehe. Und viel fortgehe auch geht. Er muss mitgehen mit dir. Nicht daheimhacken und sondern fort raus fürs Haus. Okay. Super Anton, das war es schon wieder. War gar nicht so schlimm, oder? Nein. So, das war jetzt der Anton. Er geht gern fort, aber er macht einmal einen ruhigen Abend. Bitte meldet euch bei ihm. Fiert euch.